Mein Name ist Andrea Roth, ich bin der CEO der Geobruck AG hier in Romanshorn. Wir produzieren Schutznetze gegen Steinschlage, Lawinen und Murgänge und vertrieben die weltweit über 50 Länder. Die digitale Transformation ist sehr wichtig für uns, vor allem massproduzierenden Betriebe. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie unsere Maschinen produzieren. Wir betreiben die acht Standorte weltweit auf allen Kontinenten. Wir können jetzt die Daten in diesem Cockpit sehen und auch Massnahmen oder Kenntnisse daraus ergreifen. Wir vom Unterhalt profitieren davon, dass wir die Instandhaltungs- und Verbesserungsmassnahmen am korrekten Ort einsetzen können. Ich kann genau die Stillstände durch den Drei-Schicht-Betrieb anzeigen lassen und nachvollziehen, welche Ursachen für die Stillstände waren. Früher hatten wir in der Aufbereitung drei Wochen. Jedes Jahr, am Jahresende, haben wir das Data Cockpit im Excel erfasst. Heute ist das nicht mehr nötig. Wir können die Zeit anders nutzen und effektiv die Zeit in Verbesserungen einbringen. Wir haben uns für Swisscom entschieden, weil sie das beste Angebot aus unserer Sicht gemacht hat, um eine offene Plattform, ein offenes System zusammenzustellen, das wir auch in Zukunft weiterentwickeln können und weitere Daten anreichern. Natürlich liegt der Teufel im Detail. Einige Fragen mussten hier auch mit internationaler Anbindung und der Umsetzung der Maschinen. Aber es hat wirklich sehr gut geklappt und da haben alle mitgezogen. Aber es hat wirklich sehr gut gemacht. Aber es hat wirklich sehr gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020